Die Spacemarines sind da draußen unterwegs und sorgen für einige Action, überaus düster und blutig und ich habe mir einen Experten eingeladen, mit dem ich darüber quatschen will. Sowohl über das Spiel, als auch über die Entstehung und die Geschichte dahinter, und zwar jene von Games Workshop. Hallo Eike. Hallo, danke für die Einladung. Du warst auch die erste Wahl, denn ich weiß ja, dass du auch sehr gerne Miniaturen anmalst und ich meine, du hast letztens noch irgendwie Space Marines texturiert zu Hause. Ja, also ich habe tatsächlich Ultramarines, was natürlich passt zu Space Marine 2. Das ist eine meiner 40k Armeen, wenn auch nicht die größte, aber die Ultramarines sind mein Space Marine Chapter der Wahl. Ich war ja kürzlich, als es mir wieder besser ging, wieder unterwegs in Hamburg in einem meiner Lieblingsläden und zwar dem Fantasy- und Brettspielladen Atlantis, den du ja auch kennst. Ja. Und da habe ich mit Sandra mal geschaut, was es denn da so für neues Zeug gibt da draußen und wir haben bei den Farben sogenannte Speedpaint-Geschichten gesehen. Also das ist Farbe, mit der man seine Armeen anmalen kann. Die war mir tatsächlich neu. Wir haben ja auch schon zig Jahre Miniaturen angemalt. Ich habe auch einige gesammelt. Ich bin jetzt nicht so drin im Warhammer-Universum wie du, aber wir waren schon kurz davor, die zu kaufen, denn die haben wohl die Fähigkeit, die trägst du auf und die sorgen automatisch für Schatten. Also du musst weniger Layer aufsetzen. Kennst du die? Ja. Die habe ich für meine, ähm, für meine, wie heißt das, Game of Thrones Armeen benutzt. Ja. Weil das, ähm, also das eignet sich, also das ist nicht so ganz neu, das Konzept. Das gibt es ja seit, ich weiß nicht, Games Workshop hat das irgendwann eingeführt und dann sind andere nachgezogen. Wahrscheinlich die Speedpaints, die du meinst, könnten sein, dass du die von Army Painter meinst. Ja genau, die sind aus Dänemark, sind die. Genau, die sind tatsächlich auch ganz gut. Da habe ich auch, benutze ich auch ein paar Farben, Games Workshop nennt das glaube ich Contrastpaints und dann gibt es halt alle möglichen anderen Farbanbieter, die das, die das ebenfalls im Portfolio haben. Das ist, also du brauchst dann quasi eine Miniatur, die relativ viel Material, relativ viel Form hat, ne? Also die starke Form aufweist. Also für glatte Flächen eignet sich das so mittel. Also für Space Marines nicht so gut eigentlich, finde ich. Finde ich persönlich. Kann man auch was mit machen, aber finde ich nicht so überzeugend. Aber, äh, so menschliche Figuren oder wo viel Stoff ist oder sowas, da eignet sich das sehr gut. Und dann brauchst du eine, ähm, eine helle Grundierung bestenfalls. Oder so eine Vorschattierung, ähm, wo du dann erst dunkel grundierst und dann erstmal, äh, helle, helle, helles Drybrushing drauf machst oder ein Senethyl von oben drauf sprühst. Und dann kannst du diese Farbe auftragen und dann, ähm, genau, dann macht sie genau das. In den Vertiefungen wird sie dunkler, auf den helleren Oberflächen, die ist halt nicht komplett, deckt nicht komplett, sondern nur teilweise. Und ist relativ flüssig und zieht sich so ein bisschen in die Vertiefung. Das macht diese Farbe. Und dann, äh, und dadurch entstehen dann schneller, wenn du zum Beispiel ein Gesicht hast, da vereignet sich das hervorragend. Äh, dann hast du schnell diese, die, dann trägst du eine Schicht auf und wenn das getrocknet ist, hast du dann direkt in den Augenhöhlen zum Beispiel die Schatten drin. Und der Rest ist dann auch, die Fältchen sind dunkler als der Rest und dann, das ist eine sehr gute Basis quasi. Also, also entweder ist es fertig, weil du sowieso nur für den Tabletop schnell Figuren fertig machen willst, wie ich oft. Oder, äh, du hast eine sehr gute Basis, um dann noch Highlights zu machen, äh, die, die dann noch stärkere Kontraste haben. Du hast das schon super beschrieben und deswegen haben uns die, äh, die Leute da auch davon abgeraten, das zu machen. Nachdem klar war, wir wollen halt einzelne Miniaturen anmalen und besonders, ähm, ähm, detailliert. Also ich hatte da zum Beispiel tatsächlich noch welche in meinem Bloodborne Tabletop, die gar nicht so schlecht aussehen. Mhm. Und wenn du dich dann auf einzelne Figuren konzentrierst, dann sind, ich sag ich mal, die normalen Farben, die es schon immer gab, wo du selber die Schichten draufsetzt und so, die sind dann schon, die eignen sich dann besser. Wobei gerade die Miniaturen aus dem Bloodborne Tabletop, äh, das hab ich hier auch noch im Regal stehen, das hab ich auch, glaub ich, schon einmal gespielt, ähm, das ist, äh, die, die eignen sich zum Teil sehr gut. Gerade die Monster, glaub ich, um die als, wenn du die einfach nur einmal, also so, damit sie cool aussehen, die haben so viel Struktur, gerade so diese, diese Monster, die es da gibt, so diese Wölfe und so, äh, dass du da tatsächlich, glaub ich, nur eine Farbe, eine Schicht machen musst und dann sieht das schon echt nach was aus. Also, äh, dafür könnte sich das, also, wenn man's, wenn man's natürlich super detailliert machen will, dann stimmt das, aber so, wenn man's nur mal cool aussehen lassen will, relativ schnell, dann könnte sich das tatsächlich ganz gut eignen. Ja, auf jeden Fall war das mal wieder eine schöne Reise in die, in die Vergangenheit, sich dann wieder anzuschauen, was es da an Miniaturen und Figuren gibt, natürlich auch Brettspielen, wir haben da so einige Zeit rumgewühlt und letztlich dann irgendwie 20 Farben, ein paar Pinsel mitgenommen und uns überlegt, wir, 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 wir haben zu Hause eigentlich noch so viel, äh, unbemalte Miniaturen. Dass wir uns da jetzt mal ein bisschen drum kümmern wollen. Aber damit sind wir auch schon beim Thema, wir wollen ja sprechen über Games Workshop und Space Marine 2. Jetzt im ersten Teil wollen wir mal so ein bisschen zurückblicken in die Geschichte, also wie ist es eigentlich entstanden, diese Firma, in welchem Kontext und, ähm, ja, wie kam es dazu, dass ich das bis heute dann auch so halten konnte, die Faszination und jetzt müssen wir sehr, sehr weit zurückreisen in der Zeit. Denn eigentlich, ähm, da habe ich ja schon öfter drüber gesprochen, über Dungeons & Dragons aus dem Jahr 1974, das hat sehr, sehr viel mit der Entstehung von Games Workshop und auch mit den Space Marines zu tun. Denn dem Gary Gygax, dem fiel im Jahr 1975, also als D&D schon ein Jahr am Markt war, der vor allem in den USA sehr schnell, sehr beliebt wurde und auch eine ganze digitale Welle ausgelöst hat an Rollenspielen. Also kurz darauf fiel eben eine, ja, kleine Zeitschrift aus UK auf, das war ein Magazin namens Owl & Weasel und das wurde herausgegeben von Ian Livingston und Steve Jackson, zwei britische Autoren, die sich eben auch für Fantasy und Co. interessierten. Und, ähm, die hat da gefragt, hör mal, schaut mal, hier gibt's D&D, gefällt euch das? Die beiden waren sofort begeistert und dann haben sie quasi eine Goldgrube geöffnet und zwar mit ihrer neu gegründeten Firma Games Workshop haben sie D&D zuerst in England und dann in Europa verkauft. Das war so der Schlüssel, ne? Mhm. Ich weiß, äh, 1975 war ich, wie alt war ich? Zwei Jahre alt und du warst noch nicht an der Welt. Ja. Aber, wenn man mal so zurückbeamt in diese Zeit, also, das muss man sich mal vorstellen, also, da war, glaube ich, gerade der Apple I irgendwie unterwegs, es gab noch nicht mal einen Atari 2600 und die Leute fingen an mit Rollenspielen und Co. Und die gründen dann halt, also, diese beiden Briten, im Grunde so eine Garagenfirma, die haben, glaube ich, ihre ersten Sachen auch noch aus, aus ihren privaten Zimmern heraus verkauft, hatten gar kein Studio richtig und nix. Ja, und, ähm, daraus sind dann einige Marken geworden. Also, ich zähl mal auf, was es bei Games Workshop so gibt's, ähm, Battle of Five Armies, Battlefleet Gothic, Blood Bowl, Inquisitor, Man of War, Middle Earth, Mordheim, Necromunda, Rogue Trader, Warhammer Fantasy Battle, Warhammer 40k und so weiter. Das ist jetzt nur ein kleiner Ausschnitt. Das ist schon eine ganz schöne Erfolgsgeschichte, ne, dass man da Mitte der 70er anfängt und die haben auch nicht locker gelassen. Dann erschien nämlich ein Magazin 1977 namens White Dwarf. Und das ist ganz interessant, denn die haben das extra so benannt, weil es diese weißen Zwerge eben auch im Weltraum gibt. Da ist es ein astronomisches Phänomen und gleichzeitig ist es natürlich eine Fantasy-Figur, der weiße Zwerg. Und sie wollten bewusst Science-Fiction und Fantasy schon damals so unter einen Hut bringen irgendwie. Also im Grunde sowas machen die Science-Fantasy und haben dann dort eben dieses Magazin so, äh, ja, so genannt. Und in dem sind dann über die Zeit auch viele Science-Fiction- und Fantasy-Geschichten entstanden und teilweise auch Konzepte für Magazinen. Hast du den White Dwarf mal in der Hand gehabt? Ja, das war früher. White Dwarf gibt es immer noch. Ähm, das ist auch das wichtigste quasi Organ von Games Workshop nach wie vor, weil sie auch irgendwann angefangen haben, dort Regeln und, äh, andere Dinge, Geschichten und Schlachtreports und so abzubilden. Und ja, Anfang der 2000er, als ich das erste Mal Walmart 40k gespielt habe, ähm, war das Pflichtlektur. Da hatte ein Kumpel das Magazin abonniert und das gab's dann jeden Monat. Und dann gab's da neue Bilder und Regeln zu Charakteren, also zu Charakterminiaturen. Und dann gab's, äh, genau, oft so Beschreibungen. Damals lief so eine große Kampagne, die, äh, der Krieg um Armageddon, wo die Spieler, äh, wo Orks und Imperiale quasi selber spielen konnten. Und das war ein Riesending und das wurde auch im White Dwarf abgebildet mit Battle Reports und mit Geschichten von Kommissar Jarrick und Gaskul Traker. Und, äh, das war, ähm, ja, da hat man quasi erfahren, was im Warhammer-Universum passiert. Weil das war auch so eine Zeit, da, klar, es gab das Internet schon, aber das war im Grunde Prä-Internet-Zeitalter. Also das, was heute auf Warhammer-Community passiert, gab's damals nur im White Dwarf. Und, äh, klar, das ist, ähm, war ein sehr relevantes Medium. Und damit waren die Briten tatsächlich auch Pioniere, so in, in, in Sachen der Fantasy-Science-Fiction-Kultur. Denn das Dragon-Magazin von TSR, das im Grunde genau das angeboten hat, was du beschrieben hast, eben für Freunde der Forgotten Realms, äh, das erschien erst 1979. Und ich hab mal ein bisschen gestöbert, der erste Fantasy-Shop, ich hatte ja eingangs Atlantis erwähnt, aus Hamburg. Der erste Fantasy-Shop in Deutschland wurde tatsächlich auch schon 1977 aufgemacht. Und das war der Fantastic-Shop. Und der wurde von, das war der erste Laden, von dem Produzenten Fuchs aufgemacht. Der später auch, ich glaub, zusammen auch mit dem Zeitungsredakteur in Düsseldorf. Und da ist nachher auch Fanpro draus entstanden. Die haben dann irgendwann auch diese tollen Ausgaben von Game of Thrones, also die, ähm, die Bücher hier rausgebracht, in einer guten Auflage. Was ich damit sagen will, in den 70er Jahren, Mitte der 70er, Rumorte ist also auch in Europa, aber die Briten, die waren da schon mit Games Workshop, mit White Dwarf, die waren da schon sehr stilbildend, haben einige Impulse gegeben. Und, ähm, dann haben die ja ein paar Jahre später, die haben einfach nicht aufgehört, coole Sachen zu machen. Wie zum Beispiel dann ab 1980 bringen sie auch Bücher raus. Und zwar die Fighting-Fantasy-Abenteuerspielbücher. Und der erste Band ist bis heute vermutlich der populärste. Ich hab erst kürzlich, äh, mir ein Remaster davon gekauft. Und zwar The Warlock of Firetop Mountain. Der erschien 1982. Und, ähm, das hat sich so unfassbar gut verkauft. Also dieses Spielen von Abenteuern in Form eines Buches. Die kamen auf 15 Millionen Verkäufe damit. Und dieser Erfolg hat wiederum dafür gesorgt, dass abseits der guten Einnahmen von der D&D-Lizenz, die auch nicht so wenig waren, dass man dann gegründet hat, die Citadel-Miniatures irgendwann, mit denen kooperiert hat. Und die haben dann Miniaturen auf den Markt gebracht. Am Anfang waren das alles noch Einzelminiaturen. Ich weiß gar nicht, ob Citadel heute noch am Start ist. Ja, alle Miniaturen von Games Workshop werden unter dem Label Citadel veröffentlicht. Und ich glaube, also, und auch die, ähm, zumindest alle Farben und, wobei ich weiß gar nicht, ob sie das Label ausgefacet haben zuletzt, aber zumindest lange Zeit, lange, lange Zeit, wenn dann war es jetzt in den letzten paar Jahren, ähm, waren zumindest die ganzen Farben und das Ganze drumherum wurde von Citadel, war immer noch Citadel gebrandet. Ich weiß bei den Miniaturen gar nicht 100 Prozent, ob immer noch alle, aber auch lange Zeit, als ich Warhammer gespielt habe, war klar, dass das Citadel-Miniaturen sind, im Grunde. Also, Games Workshop und Citadel sind gefühlt eins, aber, ne, so, aber, ähm, das Branding gibt es, das gab es noch und ich glaube, das gibt es auch immer noch. Ja. Würde mich wundern, wenn nicht, das müsste ich jetzt mal nachgucken. Aber genau, aber eigentlich, ja. Citadel-Paints sind, glaube ich, immer noch das Ding. Dann sind wir aber immer noch nicht bei den Space Marines, aber man erkennt da, glaube ich, schon die Grundlagen dafür, die geschaffen worden sind ein paar Jahre vorher und erfunden wurde das Universum oder wurde diese Spezialeinheit auch nicht von Livingston und Co., sondern von Rick Priestley. Der hatte schon 1983 gute Erfahrungen gemacht mit Miniaturengefechten, allerdings in Warhammer Fantasy Battle. Und da hat er sich überlegt, wie cool wäre es, wenn man dem mal eine futuristische Variante gegenüberstellt, die einfach mal so 10.000 Jahre in der Zukunft spielt. Jetzt klingt das für uns so selbstverständlich, weil, ja, klar, Warhammer hat sich auch gehalten, nur damals, in der Zeit, also Anfang der 80er, gab es noch relativ wenig Science Fiction auf dem Tisch. Es gab zwar so ein Pen-and-Paper-Rollenspiel namens Traveller, dass es richtig gut ist. Irgendwann 1984 oder so kam sowas auf wie Battle Droids, die dann zu Battletech wurden, aber Miniaturgefechte am Tisch mit Lasern, Granaten und Fahrzeugen gab es eigentlich noch gar nicht. Und ab 1987 sollte sich das dann ändern, denn da erschien das erste Regelbuch für Warhammer 40k, dem dann auch einige Romane folgen sollten. Was heißt einige? Eine ganze Phalanx, die hast du vermutlich auch gelesen. Also alleine die Horror-Seriesie, die jetzt beendet wurde, das ist ein sehr wesentlicher Bestandteil des Lores von 40k, da kommen wir bestimmt später auch nochmal drauf. Ich glaube, die hat, ich weiß nicht, 50 Romane mehr. Ich glaube, allein der letzte Zyklus Siege of Terror hat mindestens, weiß ich gar nicht, 5. Und ja, also die Anzahl der Romane, die im 40k-Universum oder halt davor spielen, die da zugerechnet werden, das geht in Jahrhunderte. Also das ist, und ich glaube, alle zu lesen ist eine Lebensaufgabe. Also ich habe von der Horror-Seriesie die relevanten ersten 5 oder 6 gelesen, aber selbst damit kann man Jahre verbringen, glaube ich. Und wenn jetzt jemand zuhört, der da so einsteigen will, vielleicht auch, weil er Space Marine 2 cool findet oder überhaupt, was würdest du empfehlen? Wo soll man anfangen? Mit dem, du meinst mit dem Lore, also den Geschichten oder dem Spiel? Mit den Geschichten. Ja, also die Horror-Seriesie-Bücher sind wahnsinnig, die ersten sind auch wahnsinnig gut, finde ich, gut geschrieben. Da gibt es auch sehr coole Hörbücher, wenn man die hören möchte und die führen gut ein. Ich würde immer die empfehlen, eigentlich so die ersten 3, 4 Romane aus der Horror-Seriesie-Saga. Grundsätzlich würde ich mir vielleicht aber mal erst die Fluff-Texte aus den Regelbüchern zu Gemüte führen, um in das Universum reinzukommen. Stichwort, in der Finsternis der fernen Zukunft gibt es keinen Frieden. Da wird nämlich einmal schön zusammengefasst oft, worum es eigentlich geht, wie das Universum aufgebaut ist, was eigentlich dieses Imperium ist, warum der Imperator auf dem goldenen Thron sitzt und was zum Teufel da eigentlich los ist in der Galaxis. Und deswegen, ich glaube, ich würde jedem erstmal empfehlen, der sagt, irgendwie finde ich das interessant. Dann lies mal die einführenden Texte aus dem Regelbuch und die Geschichten, die da drin sind. Und dann würde ich immer die Horror-Seriesie empfehlen als tiefgehenden Einstieg in das Lore, wobei es auch sowas wie Indomitus oder sowas durchaus auch funktioniert. Ja, für alle da draußen, die jetzt noch keine Berührungspunkte haben mit diesem Universum, das ist natürlich schon ein Anderssnack als D&D und Star Wars und schon gar nicht mit Star Trek zu vergleichen. Und du hast es schon schön beschrieben, dass man sich da vielleicht erstmal ein bisschen, dass man erstmal reinschuppern sollte, denn das ist ein ebenso brutales wie pessimistisch designtes Universum. Und die Menschheit ist fast hoffnungslos von Aliens, übernatürlichen Mächten und so weiter bedroht und versinkt in einem totalen Krieg. Der auch, da gibt es gar keine Hoffnung, dass da was endet und es war auch nicht abzusehen, dass diese Science-Fiction-Endzeit in diesen düsteren, schwarzen Tönen, dass sie überhaupt so erfolgreich sein würde. Und der Rick Priestley, der die ersonnen hat, der nannte als Inspiration dafür unter anderem die Werke von H.P. Lovecraft und Michael Moorcock, der ja Elric geschrieben hat. Dazu Frank Herberts Dune und das verlorene Paradies von John Milton als Inspiration. Und das würde zumindest, also diese ganzen mythisch-religiösen Elemente darin, erklärt das vielleicht ebenso wie diesen richtig apokalyptisch, aber auch kritischen Blick auf die Menschheit. Die fürchtet darin übrigens die künstliche Intelligenz. Das war vielleicht eine Vorwegnahme dessen, über das wir jetzt auch natürlich aus aktuellen Gründen viel diskutieren. Also die fürchten die künstliche Intelligenz wie der Teufel das Weihwasser, die Menschen. Ja, auch aus guten Gründen. Also die 40K hat eben den Vorteil, dass es halt einfach 40.000 Jahre in der Zukunft spielt und dadurch halt der Zeitrahmen so gigantisch ist, dass man machen kann, was man will. Die grundlegende Idee des ganzen Hintergrundes ist eigentlich eine Satire auf die faschistische Menschheit sozusagen. Also eigentlich ist es eine Satire auf die Reagan-Thatcher-Zeit so ein bisschen, gemischt mit einer Kritik an bzw. einem Sozialkommentar an totalitären Regimen, zum Teil am Kommunismus, also an der Struktur dieser totalitären Regime und auch an der Kirche. Am Ende ist die Menschheit zum Zeitpunkt von Warhammer 40K, also im 41. Jahrtausend, wird regiert von einem klerikal-faschistischen Regime, dem Schlimmsten aller Zeiten, was dem einzelnen Menschen keinen Wert zuspricht. Es wird regiert von einem, von dem Gott-Imperator, der am Ende des großen Bruderkrieges vor 10.000 Jahren quasi getötet wurde von seinem wichtigsten General, Horus, Sohn und General, wohlgemerkt. Und er wurde tödlich verwundet und wurde dann in seinen goldenen Thron, das ist so eine Vorrichtung, die er vorher gebaut hat, wo man eigentlich nicht so 100 Prozent weiß, wofür er das eigentlich benutzen wollte. Also es gibt da Theorien, aber man schätzt, wofür er es gebrauchen konnte, aber er konnte es nie richtig in Betrieb nehmen. Dort wurde er eingebettet, damit sein Geist weiterleben kann in einem eigentlich zerstörten Körper und dort verweilt er jetzt seit 10.000 Jahren und um ihn herum ist ein System entstanden, das aus einer quasi, also aus einer faschistischen Kirche besteht im Grunde, die alles auslöscht, was nicht ihrer Meinung ist im Grunde. Und das, was mal eine Hochtechnologie war, ist zu einem Kult geworden, der Maschinen quasi anbetet, also der in Maschinen zum Beispiel Maschinengeister sieht statt Programmen, die die Sachen bedienen, der nach und nach vergisst, wie bestimmte Technologie entstanden ist oder wie man sie herstellt. Und der am Ende des Tages ums Überleben kämpft, weil von außen, du hast es erwähnt, Alienschwärme, andere hochtechnologische Völker oder so alte Roboter, die die Galaxie gerne vernichtet sehen, aus Rache vernichtet sehen wollen, das Imperium von außen bedroht. Und genau, der einzelne Mensch im Imperium, der Normale, der Normalo, so wie du und ich, der ist entweder auf einer der großen Industriewelten und arbeitet sich zu Tode, sieht nie das Tageslicht und ernährt sich von Corpse-Starch, also von wiederverwerteten Leichen. Oder kämpft und stirbt in der imperialen Armee, denn es gibt eine Million Welten und Billionen von Soldaten, die diese verteidigen. Jetzt habe ich vorhin Lovecraft, Moorcock und auch Milton erwähnt und du hast jetzt sehr schön ausgeführt, wie man sich das vorstellen kann. Also was da für ein Hintergrund drin steckt und was für ein sich selbst ausbreitender Mythos, also dass man aus den Programmen den Maschinengeist macht, also dass da Technologie wieder mit Religion in Verbindung gebracht wird und Fanatismus dabei ist, das klingt natürlich auch ein bisschen so wie das, was man aus Star Wars vom Imperium kennt. Nur man hat das Gefühl, hier ist es nochmal hundertfach ins Extrem gesteigert oder wie würdest du das sehen? Denn ich weiß ja, dass du dich mit dem Universum von George Lucas auch ganz gut auskennst. Also Warhammer 40k hat sich, hast du ja erwähnt, woraus sich das alles bedient hat und Star Wars ist ja auch etwas, was es zu dem Zeitpunkt schon gab und natürlich ist da auch viel Star Wars drin. Wenn man einen Space Marine neben einen Stormtrooper hält, kann man schon eigentlich, also die sind nicht vergleichbar eigentlich, aber rein visuell kann man sich wenigstens vorstellen, wo denn da die Inspiration hergekommen ist oder auch, dass das Imperium geführt wird von so einem dunklen, von so einer eigentlich dunklen Figur, die eigentlich zu alt ist und also zu alt wirkt und eigentlich nicht der Good Guy ist, so zum Beispiel. Auch das wird, man findet da viele Sachen, wobei auch dieses Bild des Imperators und so natürlich auch aus Dune stammt. Und auch diese Idee der Space Marines und auch die Idee der Stormtrooper sich ja auch irgendwie an den Sadoca orientiert, die aus Dune kommen. Also das ist schon eine sehr große Vermischung, aber ja, es gibt auf jeden Fall da Beeinflussungen. Also 40k hat sich da über die Zeit auch immer wesentliche Bestandteile rausgenommen, aber es gibt eben auch den Einfluss von sowas wie Alien, wenn man sich die Tyranniden mal genauer anguckt, die ja auch eine wichtige Rolle spielen in Space Marine 2, dann sieht man da ganz schnell den Xenomorph von Giga, weil das natürlich ein Modell ist, was man gut als so eine Alienrasse einführen kann, was irgendwie wild aussieht und was so alienhaft ist, dass man daraus eine gute Fraktion stricken kann zum Beispiel. Wie gesagt, ab 1987 wurde diese Welt, die wir hier so ein bisschen skizziert haben, die erschien im ersten Regelbuch von Warhammer 40k. Es folgte eine Verlangs an Romanen. Zunächst ging es darin übrigens noch um Gefechte zwischen kleinen Truppen, also inklusive Spielleiter, so wie man das von anderen Pen-and-Paper-Rollenspielen wie D&D und Co. auch damals kannte und gewohnt war. Der Fokus, den man heute kennt, also auf Tabletop-Armeen im großen Stil, der verlagerte sich dann mit der Zeit auf zwei oder drei Teilnehmer und irgendwann gab es dann immer ausgefeiltere Einheiten und Fraktionen mit zig Fähigkeiten. Also es ist tatsächlich eine Welt für sich, die auch auf der militärtaktischen Ebene immer simulativer wurde. Und das wurde dann die Geburt der Tabletop-Kriege mit Miniaturen. Da hat Games Workshop viel dazu beigetragen, also natürlich viel mehr auch als D&D. Am Anfang konnte man auch nur einzelne Figuren kaufen. Heutzutage weiß man ja, es gibt die Sets, teilweise mit Farbenpinsel oder eben ganze Armeen in riesigen Boxen. Und das entwickelte sich erst. Und das ist ein interessanter Rückgriff, denn D&D kam ja wiederum aus dem Bereich der Wargames, wo man größere Schlachten geführt hat. Die hatte man dann eigentlich immer weiter reduziert, bis hin auf so eine Kommando-Taktik. Und letztlich ist D&D entstanden, um das Ganze noch mehr zu personalisieren. Und Games Workshop geht also 14 Jahre später ungefähr oder 13 Jahre später als D&D wieder in die andere Richtung und verlagert das Ganze auf die Armee-Ebene, auf die Gelände-Taktik und Strategie. Wann hast du denn so deine ersten Armeen aufgebaut in Woheim? In der dritten Edition, zur Jahrtausendwende ungefähr, da haben alle meine Kumpels in der Schule und so, haben damals 40k gespielt und da habe ich angefangen, das erste Mal mich damit zu beschäftigen und auch so eine Ork-Armee aufgebaut, die allerdings nie wirklich 100% fertig geworden ist. Aber wir haben damals schon viele von diesen größeren Schlachten durchaus auf den Spieltisch gebracht. Und das ist lange her, denn zum Vergleich, derzeit läuft die 10. Edition von Warhammer 40k. Aber ja, ich kann mich da gut dran erinnern, auch an das Regelbuch. Das ist auch im Vergleich sehr ikonisch gewesen. Das hat ein Cover, wo eine Gruppe von, wo so ein Schlachtengemälde, also das ist sehr gehalten, so einem Stil von so spätmittelalterlichen, nee, spätmittelalterlichen, nicht so frühneuzeitlichen Bildern, so Schlachtdarstellungen. So ist das Titelbild gehalten und auf dem Titelbild ist so eine Gruppe von Black Templar im Kampf, also eine Gruppe Space Marines in schwarz-weißen Rüstung, in einer Schlachtpose, die so auch aus so einem großen Öl-Schlachtgemälde stammen könnte. Und die Illustrationen im Buch selber waren alle in schwarz-weiß in sehr, sehr harten Linien gehalten. Es ist sehr, sehr ikonisch. Ich glaube, aus dem Buch ist auch diese, eine der wichtigsten Illustrationen des Imperators auf dem goldenen Thron, zum Beispiel oder von dem Thronsaal selbst und das war ein sehr altes Buch, habe ich auch noch irgendwo. Und das ist, das war ein sehr, sehr cooles Regelbuch. Und ja, genau, aber damals habe ich das, habe ich zum ersten Mal 40k, also wahrgenommen und dann auch gleich das Tabletop gespielt. Interessant finde ich auch, wie sich das stückweise entwickelt hat. Also, ich habe jetzt gesagt, dass der Rick Priestley das Universum erdacht hat und dass das voller Inspirationen war und auch sehr ausgefeilt wurde. Aber da war auch noch nicht alles sofort fertig. Das sollte ein paar Jahre dauern. 1986 hatte übrigens Citadel Miniatures. Das war das Jahr, in dem Highlander im Kino lief und das Labyrinth mit David Doak Bowie. Citadel Miniatures hatte 1986 sieben Vollzeitdesigner und über 80 Leute beschäftigt, nur für, sage ich mal, die Herstellung von kleinen Miniaturen. Und daran erkennt man ja schon, dass das ein boomendes Geschäft war. Es sollte aber noch ein Jahr dauern, also im Jahr 1987 erschien dann Warhammer 40k Rogue Trader, eine Tabletop-Kampagne und da werden die Space Marines zum ersten Mal überhaupt erwähnt. Aber sie sind in diesem Rogue Trader noch nicht wirklich greifbar. Also man kann sich das vorstellen, wie die aussehen und so, aber die sind noch nicht wirklich, die haben noch keine Hintergrundgeschichte. Die ganze Welt dahinter ist noch nicht formuliert. Und jetzt vielleicht als letzten kleinen historischen Reminder, erst 1990, und jetzt nähern wir uns ja auch langsam, sage ich mal, deiner Gegenwart, erst 1990 wurde die Hintergrundgeschichte der Space Marines in dem Buch Realm of Chaos, The Lost and the Damned, auch von Rick Priestley, wirklich konzeptioniert. Und das war dann für die Leute sehr interessant als Kampagnenbuch. Und da nehmen die Space Marines, so wie sie sie heute kennen, und über die wir auch nachher natürlich noch sprechen im Digitalen, weil ich da nehme die so richtig Gestalt an. Ja, ich weiß gar nicht mehr, wie das am Anfang konzipiert war. Ich glaube, für's Tabletop gab es ein so ein ganz wichtiges Kit. Ich glaube, es war das erste Plastik-Kit von Space Marines, wo du das erste Mal so einen Squad hattest. Das habe ich jetzt neulich gerade erst gesehen im Zuge von Space Marines 2. Ich weiß gar nicht, ob es schon Plastik war oder noch Metall, aber das war so die erste richtige, das erste Greifbare quasi, das sind Space Marines. Und so sahen sie dann, glaube ich, auch sehr lange aus in immer neuen Variationen innerhalb des Spiels. Genau, und dann die Hintergrundgeschichte von 4DK war tatsächlich, wie du sagtest, ein Entwicklungsprozess. Also bis zu dem Zeitpunkt, wo wir heute sind mit dem Lore und der ausgearbeiteten, detaillierten Darstellung, auch der einzelnen Chapter und der ganzen lang und breit erzählten Vorgeschichte der Horus-Heresie, man muss sich vorstellen, das war lange Zeit einfach nur so ein Satz im Regelbuch. Also diese ganze Geschichte um Horus, die jetzt, keine Ahnung, fast Dutzende Romane füllt, die den Aufstieg des Chaos erklärt, die zeigt, wie die Space Marine-Legionen damals im großen Kreuzzug sich gegeneinander gewandt haben. Der Verrat am Imperator und letztlich dann auch die Belagerung von Terra. Das war ein Satz im Regelbuch am Anfang. Das war so, um zu erklären, warum der Imperator tot ist, irgendwie so während der Horus-Heresie. Das war so ein Nebensatz. Und daraus ist dann dieser ganze Hintergrund entstanden über die Jahre. Das ist schon ein Entwicklungsprozess. Das ist ein sehr lebendiges, ein sehr lebendiges sich entwickelndes Universum auch immer noch einfach, weil am Anfang so wenig Feststand. Und es ist auch lustig, dadurch entstehen natürlich Widersprüche in der Geschichte. Also dadurch entstehen Sachen, die am Anfang irgendwie erklärt wurden, die jetzt keinen Bestand mehr haben oder die jetzt ganz anders sind. Und das hat Games Workshop aber nicht einfach weggelächelt, sondern es gibt die Idee des unzuverlässigen Erzählers in 4DK. Denn in diesem ganzen Wahnsinn dieses Universums ist quasi das Imperium der Protagonist. Es wird alles aus der Sicht des Imperiums erzählt. Egal, welche Alienrasse es ist. Es gibt ganz wenig, es gibt es aber nicht oft. Also zu den Tau gibt es das aber nicht oft. Also das meiste oder fast alles wird irgendwie aus der Sicht des Imperiums berichtet, auch über die anderen Rassen. Und das Interessante ist halt, dass sie sich entschieden haben, dass dieses Imperium ist jetzt ja seit 10.000 Jahren in dem Zustand, in dem es jetzt ist. Es gibt Archive, die gehen verloren. Es gibt Planeten, die werden vernichtet. Oder Zivilisationen gehen da unter. Oder Datenbanken werden gelöscht. Oder wichtige Personen sterben, die nur das wussten. Und darum wird quasi gesagt, das Imperium ist unzuverlässig. Also was an der einen Seite im Archiv steht, muss auf der anderen Seite nicht stimmen. Es gibt keine Wahrheit innerhalb dieses, also bei bestimmten Geschehnissen oder bei bestimmten Sachen innerhalb dieses Universums. Es gibt keine eindeutige Wahrheit, weil halt aus verschiedenen Quellen berichtet wird. Und das gibt dem Ganzen so einen historischen Touch. Also das ist so quasi wie mit Primärquellen zu arbeiten, wo man sich ja auch nicht drauf verlassen kann, dass die wirklich stimmen. Nur weil Cäsar was aufgeschrieben hat über den Gallischen Krieg, stimmt das ja noch lange nicht. Und so ähnlich ist jetzt quasi auch dieses ganze Warhammer-Universum konzipiert. Nur weil du eine Aufzeichnung, keine Ahnung, von einer Belagerung oder einer großen Schlacht auf irgendeinem Planeten liest, wo dann meinetwegen Person XY als großer Held hervorgegangen ist, muss das noch lange nicht stimmen. Es muss noch nicht mal heißen, dass diese Person überhaupt anwesend war. Vielleicht hat es sich auch einfach nur gut geschrieben zu dem Zeitpunkt. Oder jemand war der Person gefallen schuldig oder so ähnlich. Und das finde ich, das eröffnet natürlich wahnsinnig viele Möglichkeiten, macht das Ganze aber auch noch ein bisschen wilder irgendwie. Also dass man, das ist quasi nicht, es gibt natürlich feststehende Fixpunkte, aber viele Sachen sind halt auch einfach so fließend, weil es halt Geschichte ist quasi, die sich fließend entwickelt. Das finde ich ganz lustig. Ein wenig chaotisch oder turbulent ist ja auch die Geschichte von Games Workshop. Also ich fasse noch mal kurz zusammen. Es war die europäische Lizenz für D&D plus der nicht zu erwartende Erfolg der Abenteuerspielbücher der Fighting Fantasy, die den Briten wirklich Millionen eingebracht haben. Beides avancierte letztlich zu Bestsellern, legte wichtige Grundsteine für die weitere Entwicklung der Firma. Und sehr erstaunlich ist, wie lange gerade Livingston noch trotz des finanziellen Erfolges auch beteiligt war, sowohl als Autor von White Dwarf als auch, sage ich mal, Erfinder von Abenteuern. Der hat ja auch Brettspiele gemacht. Der fühlte sich also scheinbar immer noch mehr als Redakteur, denn als Manager dieser Firma. Falls euch das interessiert, es gibt ein Buch von Livingston namens Dice Men, The Origin Story of Games Workshop. Das ist 2022 erschienen. Beides ist es nur auf Englisch. Und da erzählt er aus seiner Perspektive, wie Games Workshop so eben entstanden ist, wie der Erfolg sich aufgebaut hat. Ich habe da auch drin geschmökert und war ein bisschen überrascht, weil wir ja jetzt die ganze Zeit auch über die Space Marines gesprochen haben, dass das in seinem biografischen Rückblick tatsächlich sehr, sehr kurz kommt. Weil Warhammer Fantasy Battles halt eigentlich den Riesenerfolg begründet hat. Also als, das war lange Zeit und es ist aus heutiger Sicht, wo es jetzt quasi die Old World gibt und eine Variation von Fantasy Battles und das ja eingestellt wurde vor fast zehn Jahren und so. Aber damals war halt Warhammer Fantasy war das Spiel. Also dieses auch von Tolkien aufgegriffene, auch ein bisschen ins düstere Verzerrte, noch mehr als Tolkien war, mit ein bisschen Veränderung bei den Völkern und auch da schon im Imperium und so. Was fast, also was im Teil ähnlich funktioniert. Da gab es auch schon die Kräfte des Chaos und all das. Und das war ja eigentlich das System von Games Workshop, wo du große Schlachten mit Fantasy-Armeen darstellen konntest, mit Orks, Goblins, Zwergen, mit Rittern, die an die französischen Ritter aus dem Mittelalter erinnern, mit dem Imperium, mit den Chaoskräften, mit Dämonen und so weiter. Und da wurde halt eigentlich auch für viele Fraktionen aus 40K der Grundstein gelegt. Also 40K ist gefühlt vielen Stellen eine Iteration aus diesem Fantasy-Universum heraus, was dann im Nachhinein weiter verfeinert wurde. Ein Grund ist vielleicht auch, dass Livix selbst bei all dem, was er geleistet hat, eben auch für diese Firma, dass er gerade an dieser Initialzündung der Space Marines und auch an der Figurensparte, die sich ja immer mehr zu einem eigenständigen Ding entwickelte, dass er da jetzt vielleicht nicht so stark beteiligt war. Es gab da auch einige kritische Stimmen im Umfeld. Und man darf nicht vergessen, dass in der Mitte der 80er waren die schon so steinreich. Also war Games Workshop so riesig, dass Livingston auch die Lust verloren hat. Er hat dann irgendwann, ist zurückgetreten. Er hat auch gesagt, ihm war das alles zu langweilig. Und er hat dann investiert, tatsächlich auch in eine Videospielfirma namens Dome Mark, um irgendeine Entwicklung von Cartridges zu fördern. Das ging voll in die Hose. Aber Livingston war auch eben beteiligt dann bei Eidos Interactive, die er dann zu Dome Mark gehört. Also das ist noch so eine schöne kleine Nebengeschichte, die mir lange Zeit gar nicht bewusst war, dass er eben auch teilweise Konzepte gemacht hat für Videogames. Er kehrte dann, um das abzukürzen, irgendwann 1993, weil das im Grunde alles nicht so befriedigend und erfolgreich war, kehrte er dann zurück als Hauptinvestor und auch wieder als Mitglied, ich glaube sogar im Aufsichtsrat, wenn die sowas hatten. Und ja, jetzt ist er sehr aktiv, um das Ganze auch nostalgisch zu vermarkten. Also ich hatte ja eingangs erwähnt, die Abenteuerspielbücher werden neu aufgelegt. Und deswegen ist er da sehr viel in Social Media auch unterwegs. Ja, ich denke, wir haben so den Weg von Games Workshop bis in die, zumindest bis Anfang der 90er, so ein bisschen nachgezeichnet. Und was danach kommt, lässt sich in dieser Kürze auch gar nicht alles mehr rekapitulieren. Es gab im Grunde Marken, Marken ohne Ende. Und alle haben, und du hast ja vorhin ein paar genannt, ne? Und da sind, also, wenn man das dann sich anguckt, dass dann so ein Necromunda so im Nebensatz fällt oder so ein Battlefleet Gothic oder so ein Blood Bowl, die ja eigentlich für sich genommen, wenn man sich das mal genauer anguckt, ja schon riesige Tabletop-Marken wären. Und die dann eigentlich so neben, also die ja Nebenprodukte sind von den großen Marken, auch sowas wie ein Inquisitor. Daran kann ich mich gut erinnern. Das gab's nicht lange. Das kam aber raus, als wir 40K gespielt haben. Und das war im Grunde die Rückkehr, das ist ganz witzig, das ist im Grunde die Rückkehr zum Einzelfiguren-Rollenspiel auf dem Schlachtfeld, weil das ist, du hattest diese Armeen, ne, dann 40K, diese größeren Armeen, und dann ging Inquisitor zurück zu den einzelnen Figuren. Du hattest dann Charaktere, die dann in einem Rollenspielsystem funktioniert haben, was viel mehr erinnert hat an sowas wie D&D oder sowas, ne? Und die Figuren waren größer, detaillierter und hatten viel ausgearbeitete Charakterbögen und so. Auch da hab ich noch das Regelbuch und auch noch ein paar Miniaturen von damals, die sauteuer waren und auch riesig sind. Ich hab so einen Inquisitor in einer Power Armor zum Beispiel. Und das ist also ganz interessant. Auch das könnte ja eine Riesenmarke gewesen sein. Auch die war nur so nebenbei. Das ist schon verrückt. Und Games Workshop ist ja heute mit eines der wichtigsten britischen Unternehmen, die nicht am Finanzmarkt sind. Also das muss man sich ja auch mal irgendwie bewusst machen, dass so ein komischer Nerdverein, der irgendwie so düstere Fantasy und Sci-Fi-Universen betreibt und ein paar Miniaturen für Leute herstellt, die gerne in ihrem abgedunkelten Raum sitzen und viel zu kleine Pinsel in der Hand haben, dass sowas das wichtigste Wirtschaftsunternehmen, eben produktive Wirtschaftsunternehmen eines Landes wie Großbritannien sein kann. Ich glaub, alle anderen wesentlichen Unternehmen sind irgendwie am Finanzmarkt und nicht in der produktiven Wirtschaft tätig. Das ist schon erstaunlich, möchte man sagen. Das find ich erstaunlich. Ebenso wie kreativ Livingston eben war als Autor, als Redakteur, als Spieleerfinder auch. Der hat auch noch einige Brettspiele ja mitkonzipiert. Und das Ganze ist natürlich bei all dem Erfolg auch mit einer kritischen Note versehen, beziehungsweise alle Marken, egal ob Star Wars, Star Trek, D&D und Co., die so erfolgreich werden, dass sie Teil der Gegenwarts- und Popkultur werden, die werden irgendwann auch ein bisschen verflucht von dieser Masse, die auf den Markt kommt. Und als ich in den 90ern sehr viel Science-Fiction, Fantasy, eigentlich gab es nichts anderes, was ich zocken wollte, egal ob analog oder digital. Als ich unterwegs war in den Fantasy-Shops, da hatte Games Workshop ein schlechtes Image. Also ich erinnere mich an einen Besitzer in Essen, der meinte, ich mach das nicht mehr mit den Lizenzen bei denen, das ist sowieso alles Massenware, schlecht designt, schau dir mal lieber diese oder jene Figuren an. Und tatsächlich hat man dann gemerkt eine Zeit lang, dass diese Masse an Armeen und so weiter, die da ausgespuckt worden ist, dass die auch auf Kosten der Qualität im Miniaturendesign ging. Also eine Zeit lang wirkte das alles recht austauschbar. Und insofern gab es auch eine gewisse sag ich mal qualitative Krise trotz des Erfolges und da steuerte man dann irgendwann gegen, indem man eben bestimmte Illustratoren, Künstler anheuerte, die das Design wieder auf Vordermann brachten. Ich weiß nicht, ob du diese Schwankung auch so erlebt hast. Ich glaube, das war vorher. Also dieses grundlegende Ding gibt es nach wie vor. Nicht so sehr, also das Einzige, wofür Games Workshop heutzutage nicht kritisiert wird, ist die Qualität seiner Miniaturen. Da sind sich gefühlt alle einig, dass wenn du die detailliertesten Miniaturen haben möchtest, sowohl im Bereich Fantasy, weil Age of Sigma hat ganz, 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 ganz tolle Miniaturen und völlig abgefahrene Designs, aber auch im Science-Fiction-Bereich haben willst, dann ist es Games Workshop, weil die können, die haben vor allem in Plastik, die haben extrem hochwertige Produktionslinien, die wahnsinnig gute Formen machen können, offensichtlich. Die haben, sind irgendwann auf Computer Design umgestiegen, früher war ja alles per Hand, irgendwann, jetzt sind sie in CAD-Programme umgestiegen, vor auch schon über zehn Jahren, glaube ich, und dadurch sehen moderne Miniaturen extrem detailliert aus. Es gibt da die Kritik, dass sie nicht mehr so variantenreich gebaut werden können wie früher, aber die Einzelminiatur ist über jeden Zweifel erhaben. Da haben sie den Turnaround geschafft, aber bei allem anderen steht Games Workshop nach wie vor auch nicht ganz zu Unrecht in der Kritik, sei es jetzt mal Game-Spieldesign, was sehr, also wenn du dir das 4TK-Regelwerk anguckst, das Spiel an sich und dann andere Wargames, moderne Wargames anguckst, wirkt das oft sehr angestaubt zum Beispiel. Dann die Politik, wie man umgeht mit wie viele Bücher musst du dir kaufen, wie werden die Regeln ausgeliefert, wie digital ist das Spiel, also gibt es Apps oder gibt es gratis zugängliche Sachen. Dann die Vermarktung der Figuren, der Miniaturen, also die, wie werden die gebundelt, wie ist das, wie ist die Ankündigungsstruktur, wie verfügbar sind die, wie sehr wird mit der Fear of Missing Out von den Käufern gespielt, wie sind die Preise, wie geht Games Workshop mit kleinen Spieleläden um, all das, da steht der Konzern zum Teil auch wirklich zu Recht immer noch massiv in der Kritik und ich wette, wenn es diesen Spieleladen noch gibt oder gäbe und du dann da hingehen würdest und da nach Games Workshop fragen würdest, dann würdest du genauso eine Antwort bekommen, nur aus anderen Gründen. Da bin ich mir sehr, sehr sicher und das ist halt auch tatsächlich, Games Workshop ist halt einfach ein riesiger Konzern und die haben eine so große Marktmacht, dadurch, dass sie die relevantesten ihrer, also, das nächste größere Spiel neben 4DK ist doch sehr weit weg davon, also, was die reine Marktpräsenz, Markenaussagekraft und so weiter angeht und dadurch kann sich Games Workshop viel mit seinen Spielern und Kunden erlauben im Bereich Preise und im Bereich Umgang und so weiter und das ist immer das Problem, wenn dann so ein Konzern so groß wird, würde ich mal sagen. Was man eben beobachten kann, ist auch, dass sich im Schatten dieses riesigen Erfolges in den letzten, ja mindestens 10, 20 Jahren noch einige Independent Labels gegründet haben, im ganzen Brettspielbereich, auch im Tabletop-Bereich, die eben einen anderen Weg fahren, wo du eben nicht dazu verdonnert wirst, ständig Lizenzreihen, Markenreihen hinterher zu laufen und zu warten, dass da wieder was modernisiert wird, also wo dir das Geld nicht so aus der Tasche gezogen wird, wie letztlich auch bei vielen Trading Card Geschichten, sondern wo du ein System kaufst und dann, ja, es gibt auch Miniaturen, aber dann bist du auf der sicheren Seite, du kannst damit spielen, du kannst es ergänzen. Auch im Design-Bereich ist super viel passiert, abseits von Games Workshop, also es gab mal eine Reihe, die nannte sich Katvalon von Rackham zum Beispiel und vor ein paar Jahren habe ich mir noch geholt Malifaux-Figuren, die dann in so einen taktischen Kampfbereich gehen, genau. Letztlich stecken dahinter natürlich einfach kreative Modell-Designer, Figuren-Designer und je mehr du dich auf einzelne Miniaturen konzentrieren kannst anstatt auf Armeen, desto mehr Feinheiten kannst du da letztlich einbringen, also und dann gibt es ja mittlerweile so viele Spielertypen da draußen, die, es gibt ja auch Leute, die, das darf man nicht vergessen, die malen Miniaturen eben an, ohne damit spielen zu wollen, sondern da gibt es die Vitrine, da gibt es irgendeinen Bezug und es soll einfach verdammt gut aussehen im Regal und dann gibt es eben die mit dem praktischen Nutzen, also die eben ihre Armeen ins Gefecht schicken und es gibt auch, das weiß ich noch, über viele Jahre gab es viele verzweifelte Wargamer, die ich auch kannte, die zwar gerne gezockt haben, gewürfelt haben, gekämpft haben, aber die einfach aus irgendwelchen Gründen kein Talent, keine Zeit, es nicht hinbekommen haben, mal eben so einen Trupp Space Marines oder einen Trupp Hügelzwerge, keine Ahnung, anzumalen. Das sah dann natürlich, wenn die im Gefecht waren, auf den riesigen Tischen, sah dann natürlich ein bisschen Spar aus, wenn da jemand reinkam in seinem Trenchcoat mit so einer Art Werkzeugkasten, der hat den dann aufgefächert und darin hast du gesehen, wow, 50, 60, 70 Kampfzwerge inklusive allem möglichen Schattierungen und die setzt er da hin und dann kam der andere da und holt aus seinem Jutebeutel eben mal seine Boxen mit den grauen Miniaturen, das war natürlich ein bisschen doof, aber es ist ein Hobby, was einfach auch verdammt Zeit frisst. Und da sind wir übrigens wieder beim Einstieg, denn die Warp Paints, also die Speed Paints, die helfen tatsächlich, dass es nicht mehr grau ist. Das ist dann vielleicht nicht mega detailliert, super schattiert, richtig geil, aber es ist nicht mehr grau und sobald eine Miniatur nicht mehr grau ist, tritt sehr schnell der sogenannte Tierleader-Effekt auf. Die müssen nicht perfekt aussehen pro Miniatur. Wenn der ganze Trupp basic bemalt ist, dann sieht das schon auf dem Schlachtfeld aus anderthalb Metern Entfernung wahnsinnig gut aus. Das ist eine richtig gute Geschäftsidee und wenn es das in den 90ern gegeben hätte, also diese Speedpaint-Technik, die an mir komplett vorbeigegangen ist in den letzten Jahren, weil ich da nicht mehr so tief drinsteckte, dann hätte ich mir das auf jeden Fall zugelegt, weil genau das, was du beschrieben hast, es tritt eben ein, ein bisschen Farbe ist besser als gar keine. Genau. Und niemand, und ehrlich gesagt, und wenn es gibt solche Leute, bei denen spielt man dann sowieso nicht, aber niemand geht, wenn du dich in einem Spieleladen triffst und jemand spielt mit dir Warhammer 40k, das ist schon so ein Commitment und dann bringst du deine Armee mit, die vielleicht nicht perfekt bemalt ist, aber die bemalt ist, dann kommt ja auch niemand an und sagt, also der Käpt'n hier, der sieht aber nicht so geil aus. Also wenn das passiert, dann hat der wahrscheinlich im Zweifelsfall auch das letzte Mal in dem Spieleladen mit irgendjemandem gespielt, weil da hat niemand Bock drauf. Jeder ist froh, wenn er einen Mitspieler hat und wenn die Armee dann noch bemalt ist, umso besser. Also da muss man sich dann, also das ist dann ja auch wieder so eine Sache für sich. Dieser Community-Gedanke, der ist in der Brettspielszene ohnehin noch stärker ausgeprägt als vielleicht im anonymen digitalen Bereich, dem wir uns aber jetzt zuwenden, denn man braucht keine Pinsel und auch kein künstlerisches Talent, um Spaß mit den Space Marines zu haben, sobald sie auf Playstation 5 und Co durchstarten. Gerade eben ist erschienen Warhammer 40k, Space Marine 2, herausgegeben von Saber Interactive. Du hast dafür ja schon in der G den Artikel geschrieben. Ich habe damals nicht reingezockt, aber extra für diesen Talk den Einstieg gespielt. Also ich kann da noch gar nicht mitreden, deswegen bist du ja da. Aber bevor wir auf die Space Marines zu sprechen kommen, ein kurzer Blick auf Saber Interactive, der ja auch ganz interessant ist, denn die sitzen in New Jersey und das ist eine Riesenfirma, da gehören zig Studios dazu, zig Lizenzen, aber die wurden selber von einem großen Fisch geschluckt und zwar von der Embracer Group. Die hatten Anno, schlag mich tot vor ein paar Jahren, über 500 Millionen Dollar hingelegt dafür. Als die Embracer Group aber merkte, dass sie sich im wahrsten Sinne des Wortes verschluckt hatte an all den Übernahmen, haben sie die wieder ausgespuckt. Und Saber hat sich quasi freigekauft und zwar für nur, in Anführungsstrichen, 247 Millionen US-Dollar. Also das war sogar noch, also das war für Embracer ein großer Verlust. Und jetzt ist Saber also wieder alleine unterwegs, hat gerade eben Space Marines 2 rausgebracht und weil wir ja vorhin Star Wars kurz erwähnten, zu Saber gehört auch Aspyr Media und die machen ja das Remake von Knights of the Old Republic, was dich ja auch freuen dürfte. Ja, das wird hoffentlich gut. Also ich bin, ich bin, es ist natürlich erstaunlich, dass es überhaupt noch in Entwicklung ist. Das war ja voll, sehr unklar. Ich glaube, es wurde sogar als eingestellt vermeldet oder so. Ja, also unter Embracer gab es die Meldung, da wird nicht weiter dran gearbeitet. Aber nach dem Freikauf gab es Gerüchte und ich meine die Berohnten auf anonymen Quellen, die besagten, dass sich Saber jetzt wieder um dieses Remake des Rollenspiels von Bioware können, also dass sie sich darum wieder kümmern wollen. Dann hoffen wir doch mal das Beste, denn, aber das ist ja auch nicht das Einzige, was Saber macht, wenn man sich hier mal so durchklickt, was die überhaupt so am Start haben, was sie auch alles mitgenommen haben, quasi als großes Konglomerat. Mir persönlich ist nebenbei, einerseits haben die 4A Games, das heißt die Metro-Reihe, und andererseits haben sie das Label 3D Realms, was ja den Älteren unter uns ein Begriff sein dürfte und unter dem Label 3D Realms werden derzeit sind und werden coole Spiele erscheinen, allen voran Tempest Rising, auf das ich mich sehr freue, das muss ich überall unterbringen, wo ich es erwähnen kann, das ist so ein Command & Conquer, quasi die Wiedergeburt von Command & Conquer, das sieht super vielversprechend aus, habe ich neulich kurz mal spielen können und außerdem sind also haben die noch unter 3D Realms eher zu 3D Realms passende Spiele wie Iron Fury oder Phantom Fury im Portfolio, was natürlich für mich als Shooter-Fan eine gute Sache ist und das ist gut, dass Saber das machen kann. Ja und jetzt kommen wir mal zu Space Marine 2. Das letzte digitale Abenteuer in diesem Universum, das ich gespielt und auch vorgestellt habe auf Liefertiefung war Warhammer 40k Rock Trader, das ist ein isometrisches Rollenspiel im Stile der alten Baldur Skates und so weiter, kann ich auch empfehlen, ist gut, hat mir Spaß gemacht. Jetzt ist das hier aber ein ganz anderer Schnack, denn es geht mitten rein in ein blutiges Gemetzel aller Gears of War und Co., sprich Kettenschwertnahkampf plus Fernkampf, ich habe die erste Stunde gespielt und die haut sofort richtig rein, also man landet mittendrin in so einem Dschungel als Space Marine, der allerdings noch relativ wenige Waffen hat, um den Spieler natürlich so ein bisschen vorzubereiten auf das, was da noch kommt und der muss sich auch gleich gegen Horden von Tyraniden sind es, glaube ich, muss er sich erwehren in allen möglichen Größenordnungen und das geht wirklich mitten rein mit vielen Kombos, mit Finishern, mit allem möglichen, also spritzt und platzt und es dauert wirklich nicht lange, bis man sich fühlt wie eben in einem Gears of War. Nach einer Stunde habe ich dann irgendwann irgendeine solchen Virengranate in den Weltraum geschossen, die dafür sorgen soll, dass man zumindest diese Aliens, die endloser Überzahl auf da und etwas dezimieren kann und landete dann eigentlich tot vor einem Boss, wurde wiederbelebt und dann von einem, ich weiß nicht, ob es ein Inquisitor war oder sowas, der hat mich geläutert und gesagt, okay, eigentlich wärst du gestorben, aber jemand hat entschieden, dass das noch nicht dein Ende sein soll, deswegen kriegst du jetzt noch mehr Implantate oder irgendwas und bist jetzt unser Superspace Marine und als ich dann diese Tür öffnete und man unterwegs war auf diesem, ich glaube, in diesem Gebäude, auf diesem Raumschiff, da hat man schon gesehen, wie cool es wäre oder habe ich dieses Gefühl gehabt, wenn man ein komplettes Rollenspiel auf diesem Niveau innerhalb des Warhammer-Universums anbieten würde, weil da hat man die Größenordnung mal gesehen zwischen so einem Space Marine und einem normalen Menschen, der dagegen aussieht wie ein Zwerg. Ja, die ersten Schritte auf die Schlachtbarke sind schon, also ich hatte, bei mir hat sich bei diesem Spiel so gerade in den ersten Minuten arg Gänsehaut eingestellt, weil das alles so das ist, was man aus den Regelbüchern kennt und was man aus den Büchern kennt und aus den Animationsserien schon mal so ein bisschen gesehen hat, aber in einer Qualität, die digital so selten erreicht wurde. Also die ersten Schritte über diese Schlachtbarke und wenn man dann da so an diesen Kapellen vorbeigeht, wo dem Imperator gehuldigt wird oder wenn man dann zu dem Käpt'n geht, der da auf dem Kommandodeck steht und dann ist da der Thron des Navigators und dann kann man aus diesen großen gotisch anmutenden Fenstern, die ja zum Teil sogar dieses Buntglas haben, rausschauen in den Weltraum und so. Das ist schon also ganz, ganz, ganz stark. Und ich finde, was ich super finde ist und das finde ich, also ich finde es super, ich finde es extrem mutig und ich finde es super lustig, wie das funktioniert, ist, dass sich das Spiel am Anfang halt einfach überhaupt gar nicht erklärt. Also du wirst da ja, du hast das gerade super beschrieben, wie das ist für jemanden, der den Vorgänger nicht kennt und der auch das Universum nicht so gut kennt. Du wirst da reingeworfen mit Titus. Du weißt am Anfang gar nicht, dass es Titus ist. Es kommt aber relativ schnell raus, also die Spoiler halten sich arg in Grenzen. Aber wenn man den ersten Teil gespielt hat und das noch im Hinterkopf hat, was da passiert ist, ist relativ klar, was los ist. Der wurde übrigens, nur als Hinweis für alle, die jetzt zuhören, und der wurde 2011 von Relic Entertainment entwickelt und ist unter THQ veröffentlicht worden, war auch schon ein Third-Person-Shooter. Ich habe den damals nicht gezockt, glaube ich, da war ich nicht so drin, der hielt durchwachsende Kritiken, meines Wissens, aber begründete, wie du schon sagst, eben die Story rund um Titus. Genau. Und es ist lustig, also wenn man das so erlebt wie du, dann spielt man ja jemanden von der Death Watch, also einen schwarz gerüsteten Space Marine, der in einem Kill-Team unterwegs ist, das wird kurz erwähnt, und dann halt eben genau abgeworfen wird, da abgesetzt werden soll, um diese Virusbombe zu zünden, aber das Kill-Team wird abgeschossen und dann muss man sich da durchkämpfen, alleine, um seine Brüder zu retten, was man nicht schafft. Und dann wird man am Ende mit dem Carnifex konfrontiert, der einen fast umbringt oder einen umbringt am Ende. Aber das ist witzig, weil mir war sofort klar, ah ja, okay, also musste Titus in die Death Watch am Ende von Teil 1 und das wird aber überhaupt nicht erklärt. Und dann kämpft man mit diesem schwarz gerüsteten Space Marine, der für mich klar erkennbar noch in der alten Power Armor steckt, also der noch kein primares Marine ist, weil die Death Watch, glaube ich, auch lange gar keine primares Marines hatte. Und dann schlägt man sich da durch diese, durch diese ganzen Figuren, also durch die ganzen Tyraniden durch und ihr lernt dann so ein bisschen das Spiel natürlich. Aber ich habe die ganze Zeit auf diesen Reveal gewartet, weil ich Titus an der Stimme erkannt habe, muss man natürlich auch, muss man auch wissen irgendwie, wenn man den Vorgänger nicht kennt. Dann nimmt er seinen Helm ab, dann ist klar, aha, er ist in der Death Watch, dann wird er schwer verletzt. Dann kommt er zurück auf die Schlachtbarke und dann sagt ihm dieser Tech-Priest so, ja, du warst eigentlich tot, deswegen mussten wir mit dir den Rubicon Primaris überschreiten und du wirst zurück in die, und dann meint er so, ja, aber ich muss zurück zu meinen Brüdern in die Death Watch und dann wird ihm so lapidar mitgeteilt nach 100 Jahren Kampf für die Death Watch als Black Shield, also als entehrter Space Marine, der sein eigenes, die Abzeichen seines eigenen Ordens nicht mehr tragen darf, wird ihm so lapidar mitgeteilt, ja, ist ja schön und gut, also wir konnten jetzt hier nicht mehr feststellen, dass so irgendwie heretische Elemente, also dass irgendwas an dir Heresie sein könnte, du darfst jetzt wieder ein Ultramarine sein. Herzlichen Glückwunsch, hier ist deine Rüstung und dann sitzt er da halt mit Narben am ganzen Körper, wo man halt sieht, wo sein Körper aufgeschnitten wurde, um ihn zu einem Primaris Marine zu machen und, da musst du dich an Frankenstein denken. es ist auch so ein bisschen so, also es ist ja, er war ja quasi tot, also ihm wird ja gesagt, du bist gestorben, aber wir konnten dich retten, indem wir quasi dir die weiteren Zusatzorgane eingesetzt haben und weitere Genmanipulationen vorgenommen haben, weitere Operationen durchgeführt haben und here you are und dann wird ihm seine neue, hier ist deine blaue Rüstung, dann geht er zu seinem Käpt'n, der sagt, eigentlich habe ich keine Lust auf dich und du bist übrigens auch degradiert, aber hier ist dein Squad, wir brauchen dich und das ist so, und das ist so für jemanden, der genau weiß, was passiert ist im ersten Teil, der genau weiß, dass Titus eigentlich ein Käpt'n ist, der eigentlich ein Held des Imperiums sein müsste, der aber von Inquisition, von der Inquisition verraten wird, quasi auf eine Art, also eigentlich aber nicht böswillig, sondern es ist einfach dieses Universum, was selbst jemanden, der nur Gutes tut und der das Chaos besiegt, der selbst den zu Fall bringt, weil sich einfach alle nur an die Regeln halten und das ist so durch und durch 40k eigentlich, weil im ersten Teil kämpft Titus als Käpt'n der Ultramarines erst gegen Orcs, dann stellt man fest, da ist auch das Chaos involviert, dann gibt es so einen Inquisitor, der eigentlich, Inquisitoren sind Teil des Imperiums und verteidigen das Imperium gegen die, gegen das Chaos, das sind im Grunde dämonische Mächte aus dem Warp, die die Menschheit vernichtet sehen wollen, um es sehr zu verkürzen, eine große Gefahr, da gibt es dann innerhalb des Imperiums Leute, die dagegen kämpfen, Inquisitoren sorgen dafür quasi, dass es keine Heresie in den Reihen der Menschen gibt, also keine Mutanten, keine Ketzer, keine Heretiker, keine Abtrünnigen so und dieser Inquisitor, da merkt man, da stimmt irgendwas nicht und dann kommt am Ende natürlich raus, ja, der ist natürlich schon längst vom Chaos korrumpiert worden und dann muss Titus mit seinem Squad vor Ort gegen dieses Chaos kämpfen, gegen den Chaos-General am Ende und gegen diesen Inquisitor und ganz am Ende von Space Marine 1 landet dann, kommen dann imperiale Truppen zusätzlich auf den Planeten inklusive der Inquisition und dann sagt einer seiner Kameraden aus seinem Squad, hier Titus ist vom Chaos, hat das Chaos berührt, weil er so ein, so ein, so ein mächtiges Artefakt geborgen hat, was sonst irgendwie ein Problem gewesen wäre. Spätestens an dieser Stelle dürften alle Zuhörer bemerkt haben, dass Eike unheimlich tief in der Geschichte steckt. Aber das finde ich so witzig, weil das habe ich, das ist halt in meinem Kopf drin, weil ich das erste Spiel schon so gut fand und deswegen ist diese nahtlose Fortsetzung für mich so super. Also nahtlos 100 Jahre Dienst in der Death Watch, kann man ja auch mal kurz skippen, aber also im Grunde ist das nahtlos und ich finde das so witzig, dass aber Saber und das Spiel sich nicht erklären. Das wird vorausgesetzt oder du lernst halt das so kennen, wie du ihn kennengelernt hast. Und dass das funktioniert, finde ich schon mal sehr interessant. Okay, du fandest also den ersten Teil schon gut und jetzt mache ich mal was Böses. Ich schmeiße dir mal ein Zitat rein von jemandem, den wir beide gut kennen und zwar von Michael Kroster. Ja. Der hat damals die Rezension geschrieben, ich glaube es war 2011, also wir sprechen jetzt hier wie gesagt über den ersten Teil. Zitat, Gears of War für Arme, mit dem abwechslungsarmen Spielablauf blassen Helden und stupiden Kampfsystem gewinnt schließlich die Langeweile den Krieg um die Fabrikwelt. Ja, das kann man so sehen, wenn man, wenn man schon, wenn man, und das ist auch, das kann man Michael eigentlich auch nicht vorwerfen, in dem Fall schon gar nicht mit so viel zeitlichem Abstand. Michael hat halt wirklich gar keinen Plan gehabt vom 40k-Universum. Ihm wurde das Spiel vorgesetzt und wenn man das, also muss man ganz ehrlich sagen, damals, rein spielmechanisch und auch so technisch war das Spiel okay. Also das war halt ein Gears of War, was nicht ganz so gut war wie das Gears of War, was es zu dem Zeitpunkt gab. Ne, so. Aber schon der erste Teil hat viel für mich als Warhammer-Fan gemacht. Also es hat, er hat mir Figuren gegeben wie Titus. Der mag vielleicht stumpf wirken, also so, wenn man jetzt so normale Maßstäbe ansetzt, aber das ist ein Ultramarines-Cap. So, und der hat, dass da funktionieren, also das war schon sehr genauso wie so ein Ultramarines-Captain funktioniert eigentlich und auch seine Mitstreiter waren so und auch die Imperiale Armee, die damals, damals wie heute so dargestellt wurde, ähm, das hat alles genau gepasst. Das war im Grunde wie es jetzt ist, das war sehr nah an der Vorlage und der Kampf gegen die Orks und die ganze Inszenierung und dann kam das Chaos dazu, am Ende hat man sogar einen Titanen gesehen und so. Also da spielt natürlich viel rein, dass das auch ein Spiel für 40K-Fans war, was spielmechanisch natürlich nicht 100 Prozent das war, was es hätte sein können. Aber mir hat's halt so gut gefallen, weil mich die Story, die Charaktere und eben das Universum so wahnsinnig abgeholt haben. Dann springen wir mal zum zweiten Teil. Wie gesagt, ich habe nur eine Stunde reingespielt auf der Playstation 5. Ähm, das war, was die Atmosphäre angeht und die Darstellung dieser Kleinigkeiten schon sehr ansehnlich. Das Ganze beruht ja auf der Saber 3D-Engine. Ist eben, wie gesagt, eine Mischung aus Third-Person-Shooter und Hack-and-Slay. Es gibt Kombos im Nahkampf inklusive Konter und Parieren. Man kann Gegner fixieren. Also letztlich, wenn jemand auch sowas gespielt hat wie Action-Rollenspiele der Souls-Reihe, dann wird er da auch reinkommen. Es hat natürlich einen ganz anderen Ansatz. Letztlich ist viel geradliniger. Aber bekommt auch, wenn ich das jetzt mal so überblicke, international recht gute Kritiken, ist ja gerade erst veröffentlicht worden. Du würdest aber auch schon sagen, dass der, dass die Qualität gegenüber dem ersten Teil, was das Spieldesign betrifft, sich gesteigert hat. Ja, es ist, also der Kampf ist abwechslungsreicher geworden und knackiger geworden und es ist insgesamt, die Gegnervielfalt ist größer. Erst jetzt gegen die Tyranniden, später kommen ja noch, hat man auch schon in Schöllern gesehen, ist kein großer, kein großes Geheimnis, dass ein Weimar 40K-Spiel ohne Chaos-Kräfte nicht funktioniert. Aber die Gegnervielfalt ist größer und die generelle visuelle Produktionsqualität ist halt, also auch, so im Vergleich, ne, also ist heute im Vergleich höher, als es damals im Vergleich war, so, wenn das Sinne gibt. Ich erinnere mich an eine Meldung von Foucou, dass das für sie das tatsächlich größte Projekt in der Geschichte der Firma ist, was auch Investitionen angeht. Ja, das ist, das zeigt mal wieder, wie viel Mann- und Frau-Stunden da drinstecken müssen, damit ein Spiel so aussehen kann. Ich finde, ich habe irgendwo gelesen, es ist das beste 360-Spiel der letzten zehn Jahre, übrigens. und ich finde, es trifft es total gut, weil es widersetzt sich, also dieses Space Marine 2 widersetzt sich so ziemlich allen modernen Trends, die es in Action-Spielen gibt. Ja, es gibt dieses Nahkampfsystem mit der Parade, aber es gefühlt das Einzige, was sich irgendwie an modernem Spieldesign orientiert. Es gibt, in der Kampagne gibt es nicht den Hauch eines Rollenspielsystems, es gibt kaum was zu sammeln, es gibt keine XP, es gibt nichts es gibt keine neuen Fähigkeiten, die du freischaltest, kein Crafting, nix, ne? Es gibt keine offenen Bereiche, das Spiel ist linear, wie ich es selten gesehen habe, ähm, es gibt keine großartig ausgefallenen äh, Mechaniken drumherum, es gibt keine Multiple-Choice-Gespräche, so aufgesetzte Sachen, ne? Es gibt keine Romance, es ist kein irgendwas, du bist ein Space Marine von Minute eins bis Stunde zehn, ähm, du steckst in dieser Rüstung, ich spiel das auch mit Helm, also du siehst oft auch die Gesichter der Charaktere im Kampf nicht, du kannst einstellen, ob du einen Helm aufhaben willst oder nicht, ich find das mit Helm authentischer, ähm, und, äh, du stehst da im Kampf, and that's it. Diese Beschränkung auf das Wesentliche wird einem ja schon zu Beginn so ein bisschen deutlich gemacht, wenn man sich einfach mal, weil man es gewohnt ist, hier und da umguckt, was ist da noch, du findest vielleicht mal ein bisschen Munition, die du aufstocken kannst oder so, aber es gibt gar keinen Kram, genau, dann startest du zwar, hatte ich ja erwähnt, mit dem Kettenschwert, dann kriegst du den Bolter, dann kriegst du ein Gewehr und so weiter, aber man ahnt da schon, weil es nie ein Menü gibt mit Fähigkeiten oder so, dass es da auch gar kein, also das Thema Rollenspiel ist weggelasert, dass es rausgebrannt ist, es ist wirklich Action pur und das ist natürlich auch mal wieder ein angenehmer Kontrapunkt, wenn das so funktioniert und wenn sich halt Saber da eher Richtung Shooter orientiert, ne? Ja, ich fand das unheimlich erfrischend, weil es, also und das finden ja offensichtlich viele, also wenn man sich das anguckt, sowohl die Kritiken als auch die Spielereinschätzung, finden das alle super, dass es endlich mal wieder ein Spiel gibt, was einfach nur ein geradliniges Action-Videospiel ist, was auch gar nicht, im Grunde das, also für mich ist es ein bisschen mehr wegen des Universums, aber was ja im Grunde auch gar nicht mehr sein möchte, als ein modernes Gears of War. Also dieser Vergleich ist ja gar nicht so weit hergeholt, weil es ist wie die ersten beiden Gears of War, die waren ja auch wahnsinnig linear, auch da gab es ja keinen großartigen Sammelkram, es gibt hier so ab und zu mal so Audiologs und so, die auch ganz cool sind, aber die jetzt halt auch nicht so wesentlich sind. Es gibt die Waffen, es gibt dich, es gibt die Waffen und den Gegner und dazu kommt halt, dass es ein Koop-Spiel ist, du kannst ja die ganze Kampagne mit, also das Dreiersquad, mit dem du unterwegs bist, kannst du ja komplett im Koop spielen, dann kriegt es nochmal eine andere Dynamik, weil die anderen Figuren andere Fähigkeiten haben als Titus. Das heißt dann, wenn du es dann auf einem höheren Schwierigkeitsgrad spielst, wird es vielleicht noch ein bisschen taktischer im Einsatz der Fähigkeiten, aber im Grunde ist es halt einfach, die Kampagne ist ein acht- bis zehnstündiges Schlachtfest sozusagen und das finde ich, ehrlich gesagt, sehr, sehr, ja was heißt befreiend, also ich finde ja die anderen Spiele auch nicht schlecht, aber es ist mal so erfrischend, weil es gab es lange nicht. Das war ja lange Zeit der Standard in der Spieleindustrie, da können wir uns glaube ich ganz gut daran erinnern, dass es eine Zeit lang viele dieser Spiele gab und wir dachten, kann es mal bitte was anderes geben, aber jetzt gerade gibt es so viele Open-World-Spiele, so viele 200 Stunden plus Service-Spiele, so viele Mega-Invests, wo du mit so wahnsinnig viel Zeit reingehen müsstest, dass so ein zehn-Stunden-Spiel, was von vorne bis hinten aber einfach Spaß macht durch seine Spielmechanik, doch mal was anderes ist. Und dazu kommt natürlich, es gibt ja noch den weiteren Koop-Modus mit diesen Zusatz-Missionen, die, das sind bis jetzt sechs, da sollen aber noch mehr folgen, die ich sehr erfrischend eingebaut finde, das führe ich gleich noch mal ein bisschen weiter aus, aber grundsätzlich, da gibt es dann ein bisschen mehr von diesem Rollenspiel, da gibt es dann XP, da kannst du dann neue Sachen, da kannst du deine Waffen verbessern, da kannst du deine Charaktere, Sachen freischalten und so. Das ist dann auch dafür gedacht, dass du es ein bisschen häufiger spielst, auf höheren Schwierigkeitsgraden mit in einer festen Gruppe, das ist immer noch nicht so ein schlimmer Grind, die Missionen dauern 40 Minuten bis eine Stunde und sind aufgebaut wie die Kampagnen-Missionen, eigentlich gibt es da keinen großen Unterschied, aber da ist dann ein bisschen mehr von diesem Element drin, aber in dieser Hauptkampagne, in dieser Hauptkampagne eben nicht. Und weil ich sagte, gut eingebunden, Saber hat das sehr geschickt verbunden, es gibt, du wirst jetzt schon im zweiten Einsatz, glaube ich, oder im dritten Einsatz wirst du erleben, dass Titus ein weiteres Squad unterstellt bekommt, wo er sagt, ich brauche einen Squad und der Käpt'n sagt, du kriegst drei Mann, mehr habe ich nicht. Und das kriegt dann Befehle von Titus und mit dem spricht er dann während der Mission auch nochmal. Und dieses andere Squad ist das, was du in den Koop-Missionen spielst. Und da gibt es immer wieder auch Funksprüche und Rückbezüge zu der Mission, die du mit Titus schon gespielt hast. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist so wenig eigentlich, also so ein simpler Effekt, aber so gut eingebunden habe ich so einen PvE-Modus selten gesehen, weil du hast das Gefühl, du nimmst an der gleichen Schlacht teil, nur aus einer anderen Perspektive. Und das ist ja so ein simpler Kniff eigentlich, dass du einfach irgendwie so einmal so einen Funkspruch da machst und einmal kurz vorgestellt wird, das ist übrigens das Squad, das macht jetzt was anderes. Aber das ist so, das ist schon echt cool, was in vielen anderen Spielen nicht so ist. Und du kriegst eine ganz andere Motivation, diese PvE-Missionen zu spielen, weil du das Gefühl hast, das ist auch die Kampagne. Das ist schon irgendwie, also da haben sie ein guter, guter psychologischer Kniff, um diese beiden Spielmodi zu verbinden und klarzumachen, dass das ein Spiel ist. Das ist schon, hat mir gut gefallen. Wer mehr Rollenspiel sucht, der kann ja das von mir erwähnt, wo haben wir 40k Rogue Trader von Old Cat Games eben spielen, auch auf der Konsole. Die haben ja Pathfinder gemacht und so weiter. Und da haben mich die Kämpfe, die sind ja wesentlich taktischer, du kannst ja mit deinem Squad, mit deinen Leuten, die du hast, auf alle möglichen Fähigkeiten zurückgreifen, die es da eben so gibt. Da habe ich die Kämpfe irgendwann, war das dann auch redundant. Die wiederholten sich. Jetzt ist das ja hier ein Shooter, Third-Person-Action. Da ist das natürlich, gehört das zur Natur der Sache, dass sich die Abläufe wiederholen. Aber dadurch, dass das eben in Echtzeit läuft und die, wenn ich das jetzt richtig überblicke, die Missionen auch relativ knackig sind und immer auf so einen Höhepunkt hinauslaufen, kommst du da natürlich in einen ganz anderen Spielfluss als in so einem erzählten Epos. Ja. Ja, auf jeden Fall. Ja, und du, also du hast ja schon die unterschiedlichen Waffen und dadurch variiert das auch ein bisschen. Es gibt dann immer wieder eingestreute Sachen. Ich will jetzt ja eigentlich auch für dich gar nicht so viel vorwegnehmen, aber man kriegt mal ein Jetpack und dann geht's mal in dunkle Bereiche und dann musst du gegen unterschiedliche Gegnertypen kämpfen. Und natürlich gerade zu Beginn extrem beeindruckend ist ja, dass sie, das ist ja die gleiche Engine, mit der sie auch World War Z, glaube ich, inszeniert haben und diese gleichen, diese Horden darstellen können. Das hat mich auch teilweise daran erinnert, wenn die Tyranniden kommen. Und wenn dann so diese riesigen Gantenhorden auf dich zustürmen, das Spiel kann wirklich wahnsinnig viele Gegner auf einmal darstellen, diese riesigen Gantenhorden auf dich zustürmen und dann dahinter die Tyrannidkrieger stehen, die die ja befehligen sozusagen mit der neuronalen Verbindung. Und wenn du dich dann quasi durch diese kleinen Viecher durchschnetzelst, die du ja auch anders bekämpfst als die großen, weil die kleinen machst du im Dutzend weg oder wenn du angegriffen wirst und die konterst, nimmst du die ja aus der Luft und zerreißt sie noch in der Luft oder schmeißt sie auf den Boden und trittst drauf und gehst einfach durch diese Welle durch, um dich dann am Ende mit dem größeren Organismus zu messen, im Zweikampf quasi. Das ist schon ... Ja, da entsteht schon im Einstieg ein guter martialischer Flow. Wenn man die Spielelemente wirklich aktiv nutzt und als Soul-Spieler kennt man das, dass es sich durchaus lohnt, eine Riposte zu machen oder rechtzeitig zu verteidigen. Hier wird dir das alles visuell angezeigt. Also sobald es zum Beispiel hellblau irgendwo leuchtet, weiß man, man kann zur Verteidigung beziehungsweise zum Konter ansetzen. Und wenn man das richtig hinbekommt oder mit den richtigen Manövern, gibt es eben auch direkt, geht es vom Kettenschwert dann halt auch in den Bolterschuss, der richtig Schaden macht und dann daraufhin in den Finisher. Also da kommt man schon in einen richtigen Metzelflow. Ich erwähne das jetzt deshalb extra, weil das schon sehr wichtig ist für ein Spiel dieser Art. Man denke auch an Gears of War. Das war im Spielfluss ein bisschen anders, weil das war natürlich noch viel mehr Shooter als Nahkampf. Und zelebrierte letztlich die Hinrichtung über die Kettensäge auch auf eine überaus krasse brachiale Art. Aber das waren dann noch so gefühlt, mehr gefühlte Unterbrechungen. Hier sind die, ist das enthaupten, die Finisher, das Zermanschen, sag ich mal. Das geht halt flüssiger vonstatten. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Mich, also ich finde gerade, was du beschrieben hast, dieses, dass man so einen Tyrannikkrieger zum Beispiel pariert und dann auf den Tastendruck zieht er die Boltpistole und schießt ihm aus nächster Nähe ins Gesicht. Das ist so, hab ich bis jetzt, also es ist unheimlich befriedigend und das sieht man selten in den Spielen. Und mich erinnert das an, was ich jetzt auch gerade kürzlich nochmal gespielt habe, an das Intro vom ersten Dawn of War, wo auch so ein Kampf inszeniert wird zwischen Space Marines und Orcs. Und da gibt es ganz viele solche Szenen, wo dann der brutale Nahkampf stattfindet und dann, wo dann so ein Space Marine seine Boltpistole aus nächster Nähe in das Gesicht des Feindes abfeuert. Und das ist so das, was man sich halt auch am Spieltisch vorstellt. Das ist so dieses, du hast ja deine kleinen, hübsch bemalten Miniatürchen, die du dann so vor dich stellst und dann würfelst du und dann im Nahkampf zum Beispiel, und dann sterben da drei, aber in deinem Kopf läuft ja ab, dass da jetzt schwer gepanzerte Krieger mit Kettenschwertern auf, keine Ahnung, meinetwegen genau auf Tyraniten zustürmen und dann genau das passiert, was du jetzt im Spiel animiert siehst. Und das ist halt gerade, also wenn du das Tabletop und wenn du selber Miniaturen hast oder wenn du das Tabletop spielst, dann ist das so eine Digitalisierung der Fantasie, die du hast, wenn du diese kleinen Miniaturen hin und her schiebst am Zollmessstab und guckst, ob sie in Deckung sind oder nicht. Das ist schon gut. Jetzt habe ich mal eine andere, rein kulturelle Frage, denn in letzter Zeit gibt es ja viele weibliche Helden überall, auch in Star Wars Outlaws und so weiter ist er mit Kay unterwegs, der Gaunerin. Und wie ist das eigentlich in Warhammer 40K, in der Hintergrundgeschichte und so weiter, da tauchen ja eigentlich kaum weibliche Charaktere auf, meint man. Ja, das stimmt, nur halb. Also in der Horus-Serie gibt es ganz wichtige weibliche Figuren. In den Büchern, ne? Ja, genau. Und auch auf dem Schlachtfeld gibt es wichtige weibliche Figuren. Also es wird von Anfang an betont, dass die Imperiale Armee unterscheidet nicht zwischen Mann und Frau. Menschenmaterial ist Menschenmaterial und das wird an der Front eingesetzt. Ah, okay. Das siehst du auch in der nächsten Mission ist die Kommandantin des kardianischen Regiments eine der wichtigen Ansprechpersonen für Titus. Es gibt in der Regierung von Terra wahnsinnig, so Morven Val ist eine der, eine sehr einflussreiche weibliche Herrscherin des Imperiums. Und es gibt in allen Fraktionen, im Grunde in allen Fraktionen des Tabletops, die erkennbare Geschlechter haben, Tyranniden nehme ich da jetzt mal aus und Necrons auch, gibt es weibliche, weibliche Kriegerinnen und Führungsfiguren. Bis auf die Space Marines. Und das hat In-Law-Gründe, die aber erfunden wurden aus produktionstechnischen Gründen. Das ist sehr lustig, da habe ich gestern gerade was zu gelesen, weil diese Diskussion immer wieder aufkommt, dass die, dass Menschen, die das Universum halt nicht kennen, sich fragen, warum zum Zweifel gibt es keine weiblichen Space Marines. Und Games Workshop hat sich in den 80ern, als das Ding erfunden wurde, haben sie gesagt, wir machen immer eins zu, also zwei zu eins weibliche Figuren. Egal welche Fraktion. Auf die Space Marines. Und das haben sie gemacht. Und damals gab es noch so Figuren in so Blisterpaketen. Das waren relativ, also nicht ganze Squads, sondern weniger Figuren, Metallfiguren, die man einzeln kaufen musste. Und sie haben dann festgestellt, dass in den 80ern das überhaupt nicht nachgefragt war. Dass, wenn sie das Läden bei ihnen angerufen haben und gesagt haben, das nächste Mal bestellen wir die weiblichen Figuren nicht mehr, die werden bei uns nicht gekauft. Die will niemand haben. Okay, das wusste ich nicht. Und, ähm, in der, ja, und dementsprechend wurde das dann ausgefaced. Und als die Space Marines erfunden wurden, also als das finale Aussehen, das Space Marines erfunden wurde, im ersten Kit, hat man bei Games Workshop gesagt, ähm, spielte das keine Rolle mehr, weil niemand wollte diese weiblichen Figuren mehr bestellen von den Läden, die die verkaufen sollten. Das heißt, man hat gesagt, wir machen jetzt hier, wenn wir jetzt dieses Design entwerfen und die Gussformen dafür fertig machen und die größere Menge von Figuren produzieren wollen, sind's halt Männer. so. Und dann gab es halt nur noch männliche Space Marines, weil, weil vorher klar war, und das wäre heute sicher anders. Aber in den 80ern war das anscheinend so. Ähm, deswegen, nur deswegen gibt es nur männliche Space Marines. Und das wurde jetzt im Nachhinein aber über die, über das Lore quasi erklärt. Also die Space Marines, also in der Genese der Space Marines sind das ja Nachfahren der Söhne des Imperators mehr oder weniger, der, also es gibt die, es gibt die Gensaat für die Space Marines, die aus den Primarchen entstanden ist quasi. Also, also die Gensaat ist quasi das, was die, was die männlichen Rekruten eingepflanzt bekommen, damit sie zu Space Marines werden. Und die entstammt den Primarchen und die Primarchen sind quasi im Labor erschaffene Söhne des Imperators, die als die perfekten Krieger konzipiert waren, um die Legionen der Astartes anzuführen im Großen Kreuzzug. Um es ganz, ganz kurz zu machen. Und in Lore wird dann quasi erklärt, deswegen können das ausschließlich Männer sein. Ja, aber letztlich laut der Hintergrundwelt ist es dem Imperator auch egal, ob das Kanotenfutter männlich oder weiblich ist. Ja, also den, also die, bei der Armee ist es völlig egal. Ja. Und, und es gibt sogar eine Hintertür, darüber habe ich lustigerweise gestern im Internet diskutiert auch so ein bisschen, es gibt sogar so eine Hintertür, wie man auch weibliche Space Marines einführen konnte, rein weibliche, weil zwei der Space Marine Orden, der ursprünglichen Space Marine Orden sind verschollen, da gibt es keinerlei Aufzeichnungen mehr, davon weiß man nichts mehr und natürlich gibt es die Möglichkeit, dass eines davon ein rein weiblicher Orden ist. I mean, warum nicht? Aber, genau, und es gibt auch, es gibt auch im Imperium übrigens eine rein weibliche Fraktion, die, das Adeptus Sororitas, das sind quasi die Kriegerinnen der imperialen Kirche, die ausschließlich weiblich sind, von der einfachen Soldatin in Power Armor bis hin zur Führungsspitze. Jetzt hast du jedenfalls richtig schön dargelegt, dass es da mehr weibliche Impulse gibt innerhalb der Welt, sowohl innerhalb der Lore als auch der, sag ich mal, der Spiegelwelten, als man so meint, wenn man einfach so von außen darauf blickt und dann so ein Space Marine Corps sieht, das rein männlich gestaltet ist, falls sie denn die Helme abnehmen, das darf man nicht vergessen. Ja. Jetzt hast du ja Space Marine 2 für G vorgestellt, sondern auch besprochen in der finalen Version. Wie hat es denn abgeschnitten und was sind denn deine Kritikpunkte, wenn es da überhaupt welche gibt? Also ich, ich finde es hat, ich finde es ein ganz tolles Spiel, weil es, also ich, ich habe dem eine, ich habe es für IGN besprochen, für IGN Deutschland und da gibt es ganze Noten, ich habe den 8 von 10 gegeben. Ähm, ich finde, das ist ein ganz hervorragendes Spiel für das, was es ist. Also es macht halt genau das, was es macht und kein bisschen mehr und das macht es halt richtig cool. Ähm, insgesamt über die 10-stündige Kampagne hätte ich persönlich mir, also, ich hätte mir ein bisschen mehr Abwechslung in den Spielmechaniken gewünscht, vielleicht doch mal irgendwie ein einfaches Rätsel, vielleicht doch nochmal einen Wechsel im, im Pacing sozusagen, also gerade im letzten Drittel wird das doch eine sehr hartlineare Schlachteplatte, noch mehr als vorher. Ähm, das ist ultra spektakulär inszeniert, gerade im, am Ende, in den finalen Kämpfen. Trotzdem hätte ich mir da so ein bisschen mehr noch spielerische Kreativität gewünscht, in die eine oder andere Richtung. so, also das ist so der kleine Kritikpunkt, den ich anbringen würde. Gleiches gilt so ein bisschen für die PvE-Missionen, wo die ja komplett auf Koop, auf Dreier-Koop ausgelegt sind. Da gibt es so kleinere Koop-Sachen, die man machen kann. Generell hätte ich mir da mehr noch kooperativere Mechaniken gewünscht, ähm, so wie früher bei diesen Spielen von EA, wie hieß das, Army of Two oder so, wo noch mehr dieses Koop-Ding im Vordergrund stand, also gemeinsam ausgeführte Aktionen, oder jetzt hier zum Beispiel bei Helldivers 2, dass man irgendwie, ähm, mal so eine Rakete starten müsste und der eine muss was machen, der andere muss was anderes machen, sodass man sich dann abstimmen muss oder so. Das wären so Wünsche gewesen, die mir da so, die das dann noch weiter herausgehoben hätten. Und der Multiplayer, äh, der, der, der kompetitive Multiplayer ist mir ein bisschen zu drangetackert. Also da, da merkt man, das, das ist so ein, ist nicht schlecht, aber es ist so ein Nachgedanke und da hätte ich mir lieber gewünscht, auch da hätte ich mir mehr Integration gewünscht, mehr, ähm, ja, mehr Maps, ähm, und, äh, also ne, also das wirkt sehr drangetackert. Also das ist, das wären so die, ja, das sind so meine Hauptkritikpunkte. Äh, grundsätzlich ist es halt, also was mich vor allen Dingen wahnsinnig beeindruckt hat, ist neben der extremen visuellen Qualität dieses Spiels, ähm, das Spiel sieht wahnsinnig, wirklich wahnsinnig gut aus. Also ich hab ganz, ganz viele Screenshots gemacht, während ich das getestet habe. Ich hab ganz oft den Fotomodus benutzt, weil es so unheimlich epische Einzelszenen, so Set Pieces hat. Hast du auf dem PC oder der? Ja, ich hab auf dem PC gespielt, ja. Ähm, und zwar auf Anschlag. Und dann sieht es wirklich, wirklich richtig gut aus. Also es gibt so viele Set Piece Szenen, ähm, wo so die Architektur in den Vordergrund gerückt wird später, oder, ähm, so Monsterschwärme oder so Chaos-Sachen, die einfach, ähm, die mich als Fan vor allen Dingen beeindrucken und technisch wahnsinnig gut aussehen. Und, äh, genau, das fand ich, das ist eine große, das ist eine sehr, sehr große Stärke irgendwie von dem Spiel, dass es eben so aussieht. Und diese Lord-Treue, dass so viele, also das wirklich bis zum allerletzten Detail, dass da bei Saber offensichtlich Leute gesessen haben, die das Universum richtig, also auch bis ins letzte Detail kennen und wissen, was das bedeutet. Also die nicht nur sagen, okay, wir machen 40K-Spiel und da müssen da Space Marines drin sein und irgendwie das Imperium, sondern die dann auch so bis ins kleinste Detail einerseits bei den Figuren, der Käpt'n zum Beispiel, ne, äh, den du, den du treffen wirst. Der Käpt'n ist, ist eine Miniatur. Ähm, und zwar bis ins letzte Detail. Ist dieser, dieser Käpt'n, den du da auf der Brücke treffen wirst, ist, ist einfach ein Ultramarine-Käpt'n. in Phobos-Armor. Und, äh, das ist so, so was, ne? Oder so diese, Stain, diese, diese Buntglas-Fenster, wo dann irgendwie der Imperator zu sehen ist da drin. Oder, ähm, diese, diese, ähm, dass sie auch nicht davor zurückschrecken, dieses Grauen, Grauenhafte des Universums einfach so mit den, darzustellen, mit diesen, äh, lobotomierten Kindern, die Flügel angetackert bekommen haben und ein Gehirnimplantat haben und dann da quasi als, als Diener rumfliegen oder so was. Ähm, wo ich auch gesehen habe, dass Leute darauf reagieren im Internet, die da keinen Zugang zu dem Universum haben, die dann einen Screenshot auf den Post und so meinen, so, was soll das denn? Und dann da drunter steht so, ja, du, das ist ein ganz normaler Dienstag im 40K-Universum. Und das ist schon, also, und das, ähm, das finde ich halt cool, zumal halt die Charaktere, im Rahmen dessen, dass es so ein stumpfes Actionspiel ist, finde ich die Charaktere gut gezeichnet. Und auch die Entwicklung, die die Charaktere durchmachen, als, also, das sind ja Ultramarines, dadurch haben die ja schon eine bestimmte Charakterzeichnung und, ähm, sind halt kodextreue Krieger des Imperiums. Aber trotzdem ist das, also, die Chemie innerhalb dieses Quads und Titus als der 200 Jahre im Dienst stehende Krieger und die anderen Leute, die noch gar keine Ahnung haben, ähm, wo er dann immer, wo er dann immer mal fragt, habt ihr schon mal gegen die und die gekämpft? Und die immer sagen, nee, oder ja, seit gestern oder so. Und er halt mit 200 Jahren Kampferfahrung, da steht und sagt, ja, dann wird es aber Zeit, dass wir das jetzt hier mal richtig machen. Also, das ist so stark, das finde ich so gut, dass es mich als, als 40K-Fan, äh, holt mich das einfach typisch ab. Interessant finde ich, dass du trotz der, während des ganzen Talks, spürbaren Begeisterung für dieses Universum letztlich in der Kritik an diesem Videospiel eben nicht die Höchstwertung vergibst. Du sagst, es ist gut, es ist unterhaltsam, es macht richtig Laune, es hat aber auch noch ein paar Defizite, deswegen gebe ich, wenn ich dich vorhin richtig verstanden habe, eben die 8 von 10. Genau. Also von daher ist das, ähm, unterm Strich eine richtig schöne analytische Einschätzung gewesen. Ja, danke dafür, Eike. Sehr gerne. Ich hoffe, ihr da draußen hattet auch Spaß an diesem Talk mit Eike, ein bisschen über die Geschichte von Games Workshop und Hoheimer, als auch über den, das aktuelle Spiel, die Third-Person-Action von Saber Interactive und ich wünsche euch am Ende wie immer lange Spielzeit und angenehme Bosse. Bis demnächst. Sie sagen, ein paar Whisper von OECD am I, man, war難kig, als auch über das G horrible ist. Untertitelung des ZDF, 2020